Herzlich willkommen zurück zu deiner Let's Play MyCraft weiterhin mit Klaus und Jan um meiner Wichtigkeit der Buhr. So langsam entsteht hier was. Ja, das hier muss noch irgendwie anders. Oder wir müssen uns hier andere Treppen hinsetzen. Ja, da müssen wir uns da mal was überlegen. Vielleicht gibt es ja auch noch Klötze, die so aussehen wie diese hier. Richtig. Oh. Äh, hier ist irgendwo ein Enderman. Ja, da oben, da oben. Komm, ja, ich guck dich an, du Arschloch. Ich hab ihn mir auch angeguckt, aber die Fatze hat nicht reagiert. Da ist er. Da klautest du die Blocke hier. Muss einfach ins Wasser gehen. Achtung, Kripa. Ja, ehrlich. Kein Problem. So. Enderperle. Enderperle, jawohl. Ohne Block wieder gekriegt. Sehr schön. Das war auch ziemlich wichtig. Äh, ja. Haus in die Richtung. In dem Sinne haben wir jetzt entschieden, Leute. Wir haben gerade wieder eine kurze Pause gemacht. Hier, äh, Haucherpause. Für mich. Wollen wir das Haus eben so auf Ministelzen bauen? Also so zwei Hofe angeben? Was? Also so, das... Kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Wie meint das jetzt? Warte mal, ich gucke mal kurz Internet. Ach, ein Haus auf Stelzen? Auf Stelzen, ja. Ja, aber nicht so hoch, sondern einfach, dass da überall so ab und zu mal so zwei Stelzen sind und einfach dann so das Haus bauen, wie es normal sein soll. Was brauchst du denn für Holz? Dann geh ich und Klaus nämlich schon mal Holz hacken. Ja. Oh, was? Wow. Eine Steine-Hintasche. Na, ich baue gerade. Brauchst du auch noch eine Axt? Ja, ich baue mir auch gerade eine. Ja, ich habe gerade die Reichtstücke gemacht, also. Kann solche abhaben, wenn du möchtest. Äh, ja, wäre nicht schlecht. Wo bist du? Möhn am Feld. Okay. Ja, Leute, es geht auf jeden Fall fleißig weiter. Also wir haben gerade schon gesagt, wir sind irgendwie ziemlich flott, finden wir. Dass wir am Anfang gar nicht vorangekommen sind. Das und das und nachts um halb drei. Ja, wir haben jetzt halb drei. Oh. Ja, bis drei Uhr. Wenn wir Leute schlafen. Bis drei Uhr machen wir auf jeden Fall noch. Oh. Also was brauchst du für Holz brauchst du jetzt? Ich weiß es noch nicht. Ja, wir hauen hier einfach Eiche und Birke, würde ich sagen. Ja, ploppen wir alles weg. Jan hat eine Idee mit dem Haus, deswegen muss er das umsetzen. Ja, die hast du nicht mehr so richtig, ich weiß nicht. Die Ideen, ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Sonst fang doch einfach an. Wenn es scheiße ist, bereißen wir es ab, Jan. Anzünden können wir es immer noch. Nein, das tue ich nicht. Ich zerstöre die Welt nicht. Ich bin froh, dass wir überhaupt noch ein Bezirk gefunden haben oder ein Biom gefunden haben, wo wir bauen konnten. Beifeln haben wir schon. Was hast du schon? Beifelt habe ich schon, anfangs. Ja, ich auch. Also muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Also ich habe am Anfang auch gedacht, ey, puh, das könnte scheiße werden. Ach, ich habe wieder so ein Missgeburt, warum hier? Ja, ich auch. Aber ich glaube, dann hätten wir auch... Wären wir dann nochmal angefangen? Hätte uns dann nochmal der Mumm gepackt? Wahrscheinlich wären wir dann nächsten Tag angefangen nochmal. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir weitergelaufen sind. Ich auch. Und weitergefahren sind und also bis jetzt kann ich mich wirklich nicht beschweren. Also ich hoffe, dass das so weitergeht und dass wir so gut weiter auch vorankommen. Und dass unsere Ideen nicht ausgehen. Aber wir proppen uns ja gerade ohne Ende zu mit Ideen, wenn wir nicht aufnehmen. Dann reden wir schon. Ja, wenn nicht, müssen wir uns immer so eine To-Do-Liste machen. Ja, sonst müssen wir wirklich ein Klemmbrett hier anschaffen. So wie Andi das früher in Tech-It-Light gemacht hat. Ne, wenn wir aufgehört haben, haben wir das aufgeschrieben auf die Bretter. Richtig. Was wir uns überlegt hatten, weil... Bevor wir anfangen, jeder mal drauf gucken, was anliegt. Genau. Und dann muss man die halt so platzieren, dass man da nicht dran vorbeiläuft. Während das Liste heißt. Also habe ich so ein Andi das zumindest immer gemacht. Oder wir haben die nachher auch offiziell hingestellt und haben die Leute halt gesehen, was geplant war für die sieben Folgen, ne? Die wir dann aufgenommen hatten. Habe ich sie jetzt alle raus? Ich bin einfach gespannt, wie euer Feedback ist und wie ihr allgemein drauf reagiert. Also bis jetzt könnt ihr ja mal schon mal schreiben, ob wir falsch vorgehen, was ihr meint. Ja. Immer fleißig schreiben. Wie gesagt, wenn ihr fleißig Kommentare schreibt, gibt es fleißig Antworten. Ja, dann haben auch mal viele geschrieben, warum wir keinen Livestream mehr machen. Es geht einfach darum, dass wir privat alle ziemlich... Wie kann man das sagen? Am Limit laufend ist total der schwachsinnige Ausdruck. Zeitmangel haben. Zeitmangel haben. Also eigentlich müsste Zeit der Tag bei uns allen hier viel, viel mehr Stunden haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Pflanzen wir hier oben gleich wieder neue oder... Ja, ne? Ja, nach und nach, wenn wir alle wegkamen soweit, dann geht einer dabei und kammelt da eben eine neue hin. Ja, würde ich auch sagen, ne? Und nicht mehr hier 300 Meter laufen müssen. Aber Klaus, wo bist du? Ich weiß nicht, irgendwo hier am Hang. Äh, der Baum, der oben drauf ist. Den lass mal. Den Baum, hä? Ich such den. Der hinter dir. Der da oben. Guck mal, stell dich mal hier hin, bei mir. Guck mal da oben hin. Wenn wir die abreißen, wäre das schön doof. Na, die lassen wir. Würde ich sagen. Wir richten uns lieber in die Richtung, weil da ist genug Baum. Komm, wir haben den ganzen Kram hier einsam. Weil die Zepplinge fallen ja scheiße schnell runter. Ja, die Setzlinge, also, ja. Das ist also auch keiner. Bisschen schnell geht das. Ja, hast du ja immer fünf Stunden. Ja, aber ganz ehrlich, Klaus, soll ruhig so weiter sein. Vielleicht ein bisschen reduzieren muss er so. Das sind zu viele, die da rauskommen. War da nicht irgendwas, wenn du dir liegen lässt jetzt, dass du ein neuer Baum raushächst? Keiner. Das weiß ich auch, Klaus. Ach nee, das war bei Gronkh war das. Das ist bei, äh, The Woods, genau. Genau. So. Können wir jetzt mal zusehen, dass wir hier ein bisschen Holz aneinkriegen für Jan. Oh, schöne Blumen. Mitten in meiner. Und Klaus wird der neue Baum, äh. Blumenfetischist, man. Naja. Ekelig. Ekelig. Jan ist immer negativ eingestellt. Negativ. Ekelig. Jan ist für die Felder. Ich bin für die Deko. Oh, ihr seid beide warm. Ihr passt gut zusammen. Wie so ein altes Ehepaar. Hi. Ich mach die Felder, Mama. Ich mach die Deko, Schatz. Ich kack drauf. Auf die Brille. Support ist kein Mord, Alter. Alter, er macht das gar nicht mehr mit der Sex-Hotline. Wahrscheinlich war das zu teuer. Ja. Und seine Form meckert. Das kann ich mir gut vorstellen, Alter. Hör mich an die Füße. Was ist denn jetzt los? Müde, oder was? Ich geh grad mir hier die Sehnerer aus dem Hals. Ja, ist müde. Sauerstoffmangel. Sollen wir dir Holz bringen schon, Jan? Oder hast du noch? Ja, ich hab noch. Ja, weil ich und Klaus sind hier oben wirklich fleißig am... Ich bin mir so oder so noch nicht sicher, ob das irgendwie alles so... Bau einfach. Feicht. Deswegen abreißen können wir es immer noch. Mehr kann ich einfach nicht dazu sagen. Bau einfach. Und wenn wir sagen, nö. Wie wir halt abgesprochen haben, Jan. Fertig. Wenn es einem mich gefällt oder so, dann ehrlich sagen. Und dann... Ja. Vielleicht hat ja auch einer nur eine andere Idee. Ey, nee, mach das so und so. Dafür spielen wir mit mehreren Leuten. Dann klappt das schon. Ich hab hier wieder so einen perversen Baum, Alter. Überall hat er Titten versteckt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geht ja gar nicht. Hör wieder nach. Na, Klaus? Andere Leute hätten gekotzt. Ja. Und das war astreine Beherrschung. Astreine Beherrschung. Na, mein Schatz, wie hast du das denn hingekriegt? Mäuschen, das ist die astreine Beherrschung. Oh, du bist mein Held. Du bist mein Held. Ich heirate dich. Weiß? Heiraten? Nein. Ja, ich meine die Düte. Ich meine die Düte. Verpässt dich jetzt noch Fahrtuchstuck. Du, du kriegst mein Geld, ich verpässt dich. Aber ich liebe dich, nein, du auch verpässt dich. WAH, LIEBE! Also, was bist du denn, Alter? Ich mit Mädchen? Nee, junge Mädchen passen nicht. Nee. Ich sitze nicht in der Schule mit Mädchen. Das will ich nicht, nee. Ich mach lieber ne Gay-Party. Ich geh erst mal lieber nach Hause, ne? What the fuck, wo bin ich denn? Keine Ahnung, also ich bin zu Hause. Hi, Günther. Ich nicht. Also, bei Jan hier ist es richtig hell, weißt du das? Wir laufen dahinten im Dunkeln rum und hier ist es richtig hell. Ich bin fast gar nichts hier. Hi. Hi. So, rein ins Bett. Oh, hier ist fertig. Cool. Ich muss laufen gehen, Zombies kommen. Alter, hier ist schon alles voll. Oh, ich verpässt mich auch. Äh, OWA! Houston, muss das Haus? Weiß ich nicht. Ich hab mich verlaufen, ne? Oh, was war... Du bist kein Scheißchen. Das geht gut los heute, Alter. Die zwei Minuten unterwegs hab ich verlaufen. Ah, da hinten ist schon noch Haus. Oh, das geht gut los, Alter. Hier nachts um drei Uhr, Alter. Oh, wo ist das Haus, Mama? Aua, Sneeper, aufzuschießen. Au. Au. Mir sieht das schon mega geil aus. Ja, ne? Ich bin auch bis jetzt ziemlich zufrieden. Also, dass wir gesagt haben, naja, Deko und so, komm zum Schluss. Naja, wir fangen jetzt schon an, ziehen Hecken, setzen Bäume. Seid auch falsch, ne? Könnte ja auch sein, dass wir diese Sachen alle nachher wieder abreißen, ne? Papa Wichs. Aha, 66. Hä? Wieso steh ich auch vor so einem Tag? Huh? Geil. Ach, scheiße. Ich wollte gerade den Schätzchen schreien. Ultra, machst du bei mir einen 69er? Warte mal, warte mal. Ruf mich. Wow. Oh. Das war Klaus. Was kommt denn jetzt her? Oh, nur einer. Alter, was macht ihr für Scheiße? Warte mal, Jan stehen da, guck mal, hörst du doch. Pumst. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Es geht schon gut los, Alter. Halbe Laterne abgerissen, alles in Arsch. Alles kaputt hier. Aber warum kommt der bis hier hin? Hier war doch alles beleuchtet. Ja, Magic. Minecraft. Alter, wer. Ich denkst ja nichts böses, aber was knallt ist, ey. So, haben wir hier schon eine Kiste. Jan, nehmen wir die Kiste, die hier hinten steht. Geholzt. Schmeiß ich dir dann da erstmal alles rein. Jan, hast du gehört? Ja, ja, habe ich. Warum höre ich Spinnen? Ich denke, wir haben den Zombies, den, den Spawnspawner ausgestellt. Doch, doch, der, 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 der. Ist nichts, aber ich höre es. Ja, oder weil die sind ja überall Höhlen. Ja. Ich gestern habe es nicht genommen, aber die hatte auch eine Höhle. Oh, und das Mittagsprogramm, Alter. Weißt du, wo ich eben Holzfarben war? Ja. Junge, die hat Holzfarberhütte. Boah, ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Joa. Joa. Ein irgendein Magic Touch. Ist hier nichts mehr drin, ne? Außen drauf, eh, welcher Spung, Leute. Das hat aus dem Auto ausgestiegen. Über euch zu Hause, oder was? Ja, 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 vorher hier, durch Fensterkel. Und jetzt muss ich rauschreien. Schlauhe, wir schlafen. Schlauhe, wir zocken. Alter, deine Mutter stinkt. du stinkst du steckst ein fahrer nennen sie sich gar nicht lustig erstmal richtig den jockel rein gejockelt jockel dockel schockel ich finde das so geil also wir hacken hier holz bis der arzt kommt und er kommt nicht in die gänge die kiste ist voll mit holz heute nicht hier ist eine höhe oder hier waren wir noch nie ohne hier ist ein lavasee hallo hallo nimmst du mich hart ran ja komm her nein was der was der heck was der g das sagt mein sohn immer alter was der heck kreis man muss vorkommen muss pupsen hallo der war feucht und das raus was keine miete zahl nee sicherheit nicht ich pupse nicht im let's play nein weil das ist nicht nur du hattest gar nicht die idee einfach so aufzustehen ich wollte das echt machen vorhin aber ich hab mir gedacht ich wollte das echt machen lass das lieber alter irgendwann wird dich das in deinem leben wieder treffen ich würde sie verfolgen bist du das ha 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 bist du glabur ja brrr mach das zeug los alter alle die dich treffen alter furzen dir erstmal ins gesicht alter nja das wäre nicht so schön findest du ja ich find's lustig ja kann man machen kann man machen kann man machen kann aber nicht tuttutututut hoppala die pflanzen machen wieder neue bäume so aber wir haben hier gut was weggerissen Klaus mhm oder so so ein biennacken baum hier die bäume verschwinden nicht ich glaub wir sollten mal aufhören oder ist ein bisschen kalt hier Klaus komm mit ich mach den einigen auch weg hier liegt überall holz rum setze sor proceso sondern die bläume ist schon an soziale einstellung immer dass Klaus sein holzein sammeln hm habe ich mehr getan hier sieht ey Klaus staffing komm raus da riechts gut reviews tschüss Hallo irgendwo höre ich dich Ja, ich klopp neben dir Klack klack Sieht das aus, wenn ich mehr getan habe Hast du alles? Ich bin jetzt gerade am Aussammeln Guck mal, das sieht geil aus Ich hab wieder alle raus, hab ja despaunt Ist das hier? Hallo? Guck mal mit Guck mal hier Ein reißender Fluss Ja Cool, ne? Oh, Lila Blue Ich find das cool hier Ja, von ganz oben Von ganz oben hier Wenn man den später richtig integriert Weißt du, mit richtigen Bach herstellt oder so Oh, das wäre mega geil Oh, das wäre mega geil Wie das Mädchen, Alter Boah, die müsste man eigentlich mal einblenden hier, ne? Boah Guck mal, wieso müsstest du das abspielen jetzt, Alter? Die alte Wenn ich ihn versuche Alter, das ist mega geil Wie kann man so rülpzen, Alter? Boah, wie Ich denke, was ich What the heck? What the heck? Ja, das kann man wirklich sagen What the heck? Lass mal gucken, was der Dussel da hinten macht Danke Ich sag mir mal hier den ganzen Umsatz länger noch ein Ja Heiße Angelegenheit Ja, ich stelle mich zum allerersten Ich stelle zum allerersten mal ein Ofen Er ist klar, Spiel Komm, klar Wow Ist jetzt auch so Ja, ne? Oder musste ich jetzt mehrere Öfen hergestellt haben Das war ja so wie bei mir mit auf Holz klopfen Die hab ich auch erst später gekriegt Ich find das schon cool Also irgendwie, man kriegt wirklich Struktur hier rein Ja Alter, wenn wir Sitzlinge ich hab, ne? Ja, dann pflanzt doch Jan, soll ich mal ein bisschen Sand farm gehen Mit Klaus Ich glaub, könnten wir eh gebrauchen, ne? Ja, ein bisschen Dann renne ich nochmal zurück Klaus, brauchst du auch ne Schaufel? Jo Okay Ich geh ins Haus und mach grad welche Dann gehen wir beide nämlich noch Sand besorgen Ja Hätten wir nämlich vorhin, eigentlich waren wir doof Wir sind vorhin an Wüsten ohne Ende vorbeigefahren Was haben wir nicht mitgenommen? Sand Doch, ein Stück Der kackt das drauf Der ist schon wieder fertig Kannst du mir vielleicht ein bisschen Essen mitbringen? Ich hab nix mehr Ja, mach ich Was leckeres Probier das Schnitzel mit Soße oder sowas Ist nichts gebraten Oder haben wir noch was gebratenes im Ofen? Naja, wir haben nichts gebratenes mehr Nee, Zombie vielleicht kann ich dir geben Mach ich nicht Bin ich allergisch gegen Ja, ich hab was Ich muss sagen, soviel haben wir gar nicht Ich weiß nicht schon mal mehr So, Licht halt an Das sag ich jetzt nicht So, Jan, hier Ey, ist jetzt schon wieder dunkel oder was? Ja, draußen kann ich losgehen Wo ist Klaus? Oh, ich sitz hier grad noch Hier, Klaus Komm mal zurück Ach, der kommt zurück, ey Wollt Ja, wir sagen auf jeden Fall wieder Vielen, vielen Dank für's Einschalten Hier bei Minecraft Wir haben uns morgen wieder in alterfrische Mein Gott, die Zeit rennt, ne? Das ist widerlich Wir haben gesagt, ey, wir sind so Ja, Genedisch ist total falsch Aber wir haben gesagt, 15 Minuten Folge in Minecraft Werden wir erstmal nicht machen, sondern 20 Und wenn dann auf euer, äh, Kommentare hoffen Ich glaube, es gibt keine Folge, die genau 20 Minuten ging Nur länger Ja, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüssi